Es ist Montag, der 20. Juni und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-In-NFT. Zum Start in die neue Woche gibt es Neuigkeiten zu Elon Musk, dem eine Schadensklage über 258 Millionen Dollar droht. Während der Präsident Panamas ein Veto zum Thema Kryptogesetz einlegt, schließen sich mehrere US-Staaten zusammen, um eine Untersuchung zu Celsius durchzuführen. Die GameStop Wallet integriert das erste Play-to-Earn-Game. Es gibt NFT-News zu Instagram, den Goblins und Seth Green. Und bevor wir uns die Kurse der Kryptowährung und anschließend auf OpenSea umschauen, gibt es große Neuigkeiten zu dem anstehenden Release des EuroCoin. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All-In-NFT. Kommen wir zur ersten News des Tages und die betrifft den nächsten Schritt in Bezug auf die Turbulenzen von Celsius letzte Woche. Denn nachdem letzte Woche mit Celsius das nächste Terror drohte, schlossen sich vier weitere Staaten der taxanischen Wertaufsichtsbehörde an, um der Untersuchung zu Celsius-Vorkommnissen zu helfen. Dazu gesellen sich die Staaten Alabama, Kentucky, New Jersey und Washington. Es sollte nicht einfach möglich sein, ausstehende Kredite nicht zurückzuzahlen und sich trotzdem zurückzuziehen, heißt es auf jeden Fall zu einem ersten Statement der Aufsichtsbehörde. Die vom reichsten Menschen der Welt geführten Unternehmen Tesla und SpaceX werden wegen einer angeblichen Dogecoin-Pyramidensystem auf 258 Milliarden Dollar verklagt. Die von Elon Musk eingeführte Kryptowährung ermöglicht den Kauf von Tesla-Merch und den Einstieg in das Raubfahrtprogramm SpaceX. Aufgrund der nun herrschenden Kryptokrise fühlen sich viele Anhänger um das bereitgestellte Geld in Form der Kryptowährung betrogen. Mal schauen auf jeden Fall, wie erfolgreich diese Klade dann letztendlich wird. Bleibt definitiv abzuwarten. Ich halte euch definitiv auf dem Laufenden, sobald es da Neuigkeiten zu gibt. Elon Musk scheint das Ganze jedoch nicht so besonders zu interessieren. Er twitterte zuletzt, dass er eine Logik daran sehe, Kryptozahlungen auf der Plattform Twitter zu ermöglichen. GameStop veröffentlichte nun, dass Wagme Games die erste Integration seit dem Start der GameStop Wallet im Mai darstellt. Die erste Veröffentlichung des Blockchain-basierten Gaming-Publishers mit dem Titel Wagme Defense ist ein Science-Fiction-Spiel zwischen Menschen und Außerirdischen, das einmal für Desktop und für Mobilgeräte erhältlich ist. Das Play-to-Earn-Game befindet sich derzeit nur für Besitzer des Genesis-NFTs in der Beta-Vision und ist das erste Blockchain-Spiel, das es Spielern ermöglicht, entweder ihre Metamask oder GameStop Wallet über eine Browser-Erweiterung zu verbinden. Reisen wir einmal nach Panama, wo der Präsident teilweise sein Veto gegen eine Gesetzesvorlage eingelegt hat, die Krypto im Land regulieren würde. Laut Laurentino Costizo, dem Präsidenten Panamas, ist eine Anpassung an die Regeln erforderlich, die das panamaische Bankensystem regulieren soll. Kommen wir zu der Nachricht des Tages und zwar wird noch diesen Monat der EuroCoin released. Ja, ihr habt richtig gehört, der EuroCoin und zwar wird der institutionellen Kunden ab dem 30. Juni über ein kostenloses Circle-Konto zur Verfügung stehen. Der EuroStableCoin soll den Kürzel EuroCoin tragen, also Euro mit einem C hinten dran und wird durch den vollen Euro als Reserve gedeckt, ähnlich wie halt quasi das Modell mit dem USDC, also dem Dollar, das Pardor halt dazu umgeblich. Der EuroCoin ist auf jeden Fall auf völlige Stabilität ausgelegt, wie ich es vorhin gesagt habe und zu 100% soll er dem physischen Euro entsprechen. Dementsprechend kann man dann 1 zu 1 den digitalen und physischen EuroCoin tauschen. Gemeinsam erschließen der EuroCoin und der USDC neue Möglichkeiten für digitales Banking in mehreren Währungen und nahezu sofortigen Devisenhandel, bei dem das tägliche Volumen auf traditionellen Märkten weltweit 6,6 Billionen USD übersteigen kann. Laut EZB beträgt das bisherige Volumen nur halb so viel, da von nun an 24 Stunden, also rund um die Uhr mit den Währungen gehandelt wird und keine klassischen Bankzeiten mehr vorhanden sind. Der EuroCoin wird jedem mit einer Internetverbindung zur Verfügung stehen und soll den Zugang zum Euro über Grenzen und Zeitzungen weg auf jeden Fall verbessern. Der Handel über Exchanges wie Kraken oder Binance ermöglicht den Kunden, die Fiat-Währung Euro in den neuen EuroCoin umzutauschen. So soll der Zugang zu neuen Handelspaaren wie digitale Vermögenswerte auf jeden Fall auf Dauer erleichtert werden. Ich sage nur ein Wort dazu, was mir direkt eingefallen ist, NFTs. Aber ich denke, hier können wir uns in Zukunft auf jeden Fall jetzt mit dieser Einführung auf neue zukünftige Kryptoregulierungen einstellen. Denn DeFi, also dezentrale Finanzdienstleistungen, sollen auf jeden Fall auch ein neuer Part des Finanzsystems werden. Für mich stellt sich dann eher die Frage, wie dezentral das Ganze dann letztendlich auch wirklich ist, wenn die EZB das Ganze kontrolliert. Aber erstmal sollten wir das Ganze auf jeden Fall positiv sehen, denn immerhin wird der Euro schon mal digitalisiert, was definitiv ein Fortschritt ist. Und die erste Einführung zu einem bargeldlosen System, wie ich finde. Wie das dann letztendlich in der Praxis umgesetzt ist und läuft, müssen wir erstmal schauen. Und danach können wir uns ein Urteil bilden. Aber so ist auf jeden Fall jetzt erstmal der erste Plan und mich freut das Ganze, wenn ihr mich fragt. Wenn ihr persönlich dazu meinen habt, könnt ihr mir auch gerne dazu mal eure Meinung zukommen lassen, via Sprachnachricht oder so. Denn gerade zu diesem Thema ist mir da eure Meinung sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Meinungen auch zu. Wenn das Ganze auf jeden Fall passt und das zeitlich und auch thematisch hier gut reinpasst, werde ich das Ganze auch in dem Podcast veröffentlichen. Wie gesagt, wenn ihr dazu was habt, gerne einfach mal einen Kontakt mit mir aufnehmen. Kommen wir aber nochmal zurück zu der Veröffentlichung rund im Neurocoin. Versprochen wird Unternehmen, die den Eurocoin als Zahlungsmittel einführen, dass ein Kundenstamm erweitert werden kann und ein schnellerer Cashflow generiert wird. Weltweit schnelle Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeitern sollen innerhalb von Minuten abgewickelt werden können dadurch. Für Einzelpersonen sollen dann schnell zu beweisen auch über Grenzen weg dadurch gesichert werden. Die Währung startet offiziell am 30. Juni, also dieses Jahr noch, also diesem Monat, mit Unterstützung einer breiten Palette von Ökosystemführern. Darunter dann halt Börsen wie Binance, Bitstamp, FTX, Humbi Global und weiteren Exchanges wie halt auch Kraken. Bei dem Thema Wallet, muss ich ehrlich sagen, bin ich hellhörig geworden. Denn könnt ihr euch noch an das Ledger-Interview hier im Podcast erinnern? Mit Matt hatte ich ein spannendes Ledger-Interview über die Sicherung von Kryptos und NFTs auf der Vicon. Im Rahmen des Interviews erwähnte er ja, dass das Ledger ein neues Produkt auf den Markt bringen wird, das noch diesen Monat, also letzten Monat war das Interview, diesen Monat halt dann erscheinen soll. Wie wir alle vermutet haben oder auch im Interview, eine Ledger-Wallet. Und ja, neben Metamast wird der Eurocoin auch auf der noch nicht erscheinenden Ledger-Wallet handelbar sein. Die wird auf jeden Fall dann jetzt noch kommen. Also wenn das nicht mein Hammer ist, wenn ihr mich fragt, ich war völlig baff, als ich das gelesen habe. Somit ist auf jeden Fall auch klar, dass der Token über die Ethereum-Blockchain integriert wird. Aber es wird wohl noch erwartet, dass der Eurocoin im Laufe dieses Jahres noch auf weiteren Blockchains integriert wird. So, nach dem ausführlichen Talk über den kommenden Eurocoin werfen wir definitiv einen Blick auf die aktuellen Kurse der bisher vorhandenen Kryptowährungen. Und ich muss euch mitteilen, hier hat sich am Wochenende wieder sehr viel getan. Am Samstag fiel der Bitcoin unter 17.000 Euro. Genauer gesagt auf 16.900 Euro. Doch am gestrigen Tag konnten wir echt wieder eine richtige Krypto-Rallye erleben. Und das im positiven Sinne, denn der Bitcoin konnte am gestrigen Tag um 10% wieder zulegen, sodass der aktuelle Kurs von Bitcoin wieder knapp an die 20.000 Euro ragt. Genauer gesagt beträgt der aktuelle Kurs von Bitcoin 19.500 Euro. Bleibt auf jeden Fall jetzt weiterhin abzuwarten, wie das jetzt in den nächsten Tagen weitergeht. Definitiv auf jeden Fall hier erstmal eine positive Stimmung an der Bitcoin-Front. Bei Ethereum schaut das Ganze ähnlich aus. Denn ETH war am Wochenende auch zur gleichen Zeit wie der Bitcoin zum Tiefstand. Bei einem Tief unter 900 Euro. Genauer gesagt bei 860 Euro. Und am gestrigen Tag konnten wir auch hier wieder eine positive Rallye feststellen. Und zwar hat Ethereum in den letzten 24 Stunden um fast 20% zugelegt, sodass der Wert von 850 Euro auf 1.100 Euro gestiegen ist zum jetzigen Zeitpunkt. Also wirklich Wahnsinn, was sich jetzt hier in den letzten 24 Stunden getan hat. Wirklich eine richtige Rallye. An dieser Stelle sei auf jeden Fall kurzer gesagt, es handelt sich hier definitiv um keine Anlageberatung. Das sind meine eigenen Meinungen, meine eigene Sichtweise, die ich hier darstelle. Denn trotz der positiven Resonanz muss ich sagen, ich glaube nicht, dass wir den Boden jetzt schon gesehen haben. Ich persönlich glaube, dass es noch mal noch tiefer fallen wird als die 850 Euro, die wir bisher gesehen haben. Ich kann mich irren, aber der Kryptowinter ist meiner Meinung nach jetzt erst gekommen. Es geht erst los. Wir werden noch täglich aufs und ab, wahrscheinlich wöchentlich, monatlich jetzt noch erleben. Dementsprechend auf jeden Fall stimmt mich das Ganze positiv. Dass das Ganze nicht zum Scheitern verurteilt ist und wir jetzt schon wieder bei 1.100 Euro angekommen sind. Ich glaube aber, dass es das noch nicht war. Aber auf jeden Fall schon mal definitiv eine positive Sache. Auch bei den anderen Kryptowährungen konnten wir ähnliches Positives feststellen. Der BNB-Token zog um ca. 10% an und ist wieder über 200 Euro. Solana ähnlich halt wie Ethereum um ca. 18% gestiegen. So liegt der Kurs jetzt aktuell bei 33 Euro. Und auch der ApeCoin hat um 25% zugelegt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir gerade anschaue, erstmals wieder die 4-Euro-Marke geknackt. Aktuell beträgt der Kurs von ApeCoin 4,05 Euro. Damit kommen wir zu den NFT-News. Instagram arbeitet an der Möglichkeit, dass integrierte NFTs auch in ARR zu sehen sind. ARR erkläre ich mal ganz kurz. ARR ist Argument Reality und das bedient sich holographischer Technologie, um digitale, visuelle Elemente oder Klänge einer interaktiven Version einer reellen Umgebung zu staffen. Statt Inhalte nur passiv zu konsumieren, bietet ARR eine starke aktivierende Wirkung, um mit den digitalen Elementen zu interagieren. Marken können so auf jeden Fall leicht mit Kunden in Kontakt treten, Produkte direkt in die eigene Lebenswelt der Konsumenten bringen und dadurch wird natürlich eine stärkere Bindung zu aufgebaut. Als Beispiel kann ich euch hier einmal Pokémon Go nennen. Hier entstand ja ein regelrechter Hype, als das Ganze auf dem Handy verfügbar war. Gefühlt wollte jeder Mensch sich nach draußen begeben und diese Pokémon holographisch einsammeln. Hier nur kurz am Rande. Ich war einer davon und ich fand's geil. Kommen wir zu den nächsten News im NFT-Space. Das Team hinter einem der zuletzt gehypten NFT-Projekte, Goblin Town, hat seine Identität über ein Video auf Twitter preisgegeben. Die Gruppe Truth Labs betreibt bereits zwei weitere Projekte, einmal Illuminati NFT und die 187. In dem knapp vierminütigen Video sagten die Gründer, sie seien an einem Punkt angelangt, an dem sie das Gefühl haben, es wäre unverantwortlich, wenn sie sich nicht selbst doxen würden. Die Goblins haben halt keine Roadmap, keinen Discord-Server oder irgendein Dienstprogramm und fungiert stattdessen als eine Form der Gruppentherapie und komödiatischen Erleichterungen, sagten sie weiter. Die verbleibenden 1000 Goblins sind jetzt für die Mitglieder des Illuminati-NFTs und des 187-Projektes vorgesehen. Das teilte das Team auch im Twitter-Space mit. Und zusätzlich, die Goblins-Besitzer können damit rechnen, dass Merch während der bevorstehenden NFT NYC zur Verfügung gestellt wird. Als diese Nachrichten alle bekannt gegangen wurden, kann ich ganz kurz sagen, stiegen die NFTs der Illuminati-Sammlung um 200% an, sodass der Floorpreis mal eben auf 0,67 Yves angestiegen ist. Die letzte Nachricht, bevor wir auf kleine Updates und den letztendlichen Floorpreis auf OpenSea kommen, ist, Seth Green kauft seinen Bored Ape zurück. Schauspieler Seth Green bestätigte während einer Twitter-Space-Sitzung mit BuzzFeed News, dass sein gestohlener Bored Ape, wie er so schön sagte, zu Hause ist. Hintergrund ist der, dass nachdem vier von Seth Green's Bored Ape-Jachtclubs-NFTs in einer Pishing-Betrug entwendet und verkauft worden waren, zahlte er danach 165 Yves zurück, um seinen Bored Ape mit der Nummer 8398 zurückzubekommen. Leider war das Ganze aber nach dem Crypto-Crash, sodass er umgerechnet dafür noch 300.000 Dollar, also US-Dollar, zahlen musste. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie ich mich auch gefragt habe, warum denn ausgerechnet dieser eine von den insgesamt vier und nicht entweder gar keinen oder alle vier? Denn mit dem Erwerb eines Bored Apes erwerbt ihr ja auch gleichzeitig die Lizenz für den NFTs von dem Bored Ape-Jachtclub. Der SmartCond besagt, dass der NFTs-Inhaber die vollen Nutzungsrechte besitzt, was natürlich danach auch eine Debatte darüber auslöste, wem letztendlich jetzt die kommerziellen Rechte im Falle eines Diebstahls gehören. Auf jeden Fall, der Bored Ape mit der Nummer 8398 sollte in White House Tavern mitspielen, einer neuen Fernsehserie von Seth Green, die gerade produziert wird. Deswegen musste er sich die kommerziellen Rechte jetzt wieder zurücksichern, hat sich den gekauft. Die Produktion wurde auch vorher aus unheberlichen Gründen deswegen unterbrochen. Ob und wann das Ganze jetzt fortgesetzt wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Jetzt nur noch zwei kleine kurze Updates zum Lacoste-NFT. Lacoste hat am letzten Wochenende ein Amar durchgeführt, Ask Me Anything. Dort wurden Fragen beantwortet. Ganz kurz nur zusammengefasst, es soll eine Profile-Picture-Kollektion in Form von NFTs geben, die sollen in Zukunft gelauncht werden. Wann ist noch nicht veröffentlicht worden. Es soll exklusiver Merch kommen, der nur für die Utility, also nur für die Besitzer des NFTs sind. Ob der letztendlich kostenlos sein wird oder noch gekauft werden muss, steht noch nicht fest. Ich hoffe natürlich kostenlos. Und es wird zukünftig Karten für Tennisturniere geben und weiteren Events. Das auf jeden Fall zu den neuesten Updates zu dem Lacoste-NFT. Dann hatte ich eine Kooperation mit Daitas. Wer das Ganze noch nicht gesehen, gehört hat, gerne mal das YouTube-Podcast-Interview mit der lieben Corinna nachhören. Das hat am Samstag stattgefunden, beziehungsweise wurde Samstag veröffentlicht. Das könnt ihr euch auf YouTube einmal anschauen. Dort habe ich auch ein Unboxing durchgeführt von einer Paketbox, die mir Daitas zukommen lassen hat. Kann ich nur empfehlen auf jeden Fall an dieser Stelle. Oder ihr hört euch das auch hier im Podcast an, dann seht ihr das Ganze zwar nicht, aber ihr könnt es auf jeden Fall anhören. Soviel nochmal kurz zu diesen zwei Updates, denn der MIN von DCAA, also dem NFT-Projekt von Daitas, findet heute am 20. um 13 Uhr statt. Ihr merkt, so langsam kriege ich meine Stimme wieder zurück. Noch nicht 100 Prozent, aber ich würde sagen 90 Prozent ist da, denn die Zeit ist definitiv schon sehr, sehr ausgereizt. Aber ich quatsche nicht weiter, wir schauen uns noch ganz kurz die Floorpreise auf OpenSea an. Und ich würde sagen, NFTs, Kryptos sind auf jeden Fall an dem Sonntag zurückgekommen. Die CryptoPunks weisen ein Trading-Volumen in den letzten 24 Stunden von 10.000 ETH aus. Wahnsinn, was hier aktuell mit den CryptoPunks abgeht. Das habe ich am Wochenende schon gesehen, dass hier sehr viele CryptoPunks verkauft und eingekauft werden. Mal schauen, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Die Board-Apes auf Platz 2, auch über 1.000 ETH im Trading-Volumen. Aktueller Floorpreis bei 90 ETH. Sneaker-Heads auf Platz 3 mit 1.000 ETH-Handelsvolumen mit 0,6 Floor. Bin ich mal gespannt, wo das hingeht. Das hatten wir heute auch in so einem Discord auf jeden Fall als Call gehabt. Freut mich auf jeden Fall, dass der eine oder andere da mit dabei war und jetzt da mit von profitieren konnte. Azadeed ist mittlerweile bei 2,4 ETH angekommen. Mir scheint das Ape-Fest doch eine kleine Auswirkung schon zu haben. Bin ich mal gespannt, wenn das jetzt so richtig losgeht in New York in den nächsten Tagen. Die Mutant-Apes bei 17 ETH angekommen. Clown-X bei 10 ETH, die Moonbirds bei 18,5 ETH, Proof Collective bei 59 ETH, die Doodles bei 12 ETH, Azuki bei etwas unter 10 ETH, genauer gesagt bei 9,6 ETH, die Duplikatoren bei 3,3 ETH. Also wir sehen gar nicht so viele Veränderungen jetzt bei den anderen Blutschip-Projekten, fällt mir auf, sondern relativ viel bei den Yoga-Labs-Projekten. Ist hier schon was im Magen? Hat das Ape-Fest damit zu tun? Bleibt auf jeden Fall mal mit Spannung abzuwarten. Das schauen wir uns auf jeden Fall die nächsten Tage an. In diesem Sinne hoffe ich mal wieder, dass euch diese Folge gefallen hat. Lasst bitte eine Bewertung da, abonniert gerne den Kanal. Folgt mir gerne auf den sozialen Netzwerken, sodass ihr keine Nachrichten verpasst. Auch gerne dem All-In-NFT-Discord beiträgt. Hier ist ja diese Woche, letzte Woche echt Wahnsinn, was da passiert ist. Also ich glaube, wir hatten einen Zuwachs von gefühlt 50% jetzt in der letzten Woche. Freut mich wirklich, dass so viele neue Leute da mit dabei sind. Wirklich, wirklich, ich freue mich über jeden. Danke, danke auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir hören uns dann morgen wieder, wenn es heißt All-In-NFT.